hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf mjg retro und wir haben wir den alten guten alten 386er hier im visier obendrauf liegt eine maxtop platte mit 6 gigabyte ja ihr habt richtig gehört 6 gigabyte wenn ihr jetzt denkt moment das ist doch alter 386er warum um himmels willen hast du da jetzt eine 6 gigabyte platte angeschlossen kann ich euch mal eben verraten ich muss sie dazu mal eben hier wieder abnehmen und natürlich beim abnehmen die falsche taste drücken ja wie schon erwähnt hier ihr seht hier on track dynamic drive overlay benutze ich hier aus folgenden grund ich habe für den 386er eine 40 megabyte festplatte 40 megabyte diese hier in form einer western digital caviar 140 ihr seht hier 42,7 mb die ganze ist aus dem aus dem jahr 91 dritte oktober 91 die wird die kriegt ein hakenzeichen dieses jahr im oktober und die wird 30 so und genau was ich noch von da wie gesagt der 386er bios hat eine begrenzung auf 512 megabyte oder man zum pfundet auf jeden fall so um den dreh rum 500 bis 512 megabyte war die limitierung damals gewesen weil man dachte ach mehr platz braucht doch keiner so große platten gab es auch ide technisch meines wissens nach nicht wie gesagt ich bin erst 92 dezember 92 also weihnachten 92 bin ich ins pc geschirft eingestiegen wenn man so möchte privater natur vorher natürlich schon in der schule anhand des informatik unterrichtes anhand von 286er die allerdings nur 64 kilowatt arbeitsspeicher hatten und zwei dreieinhalb zoll hd disketten laufwerke ja keine festplatte so fing damals unser informatik unterricht an der einzige computer in der platte hatte war der lehrer computer die schüler nähen ja mit dos vier damals also aber weiter jetzt in den text 500 megabyte so mein problem ist ja da ich den ohne platte gekriegt hatte und ich selber platten habe die erst ab 1,5 gigabyte anfangen wobei die 1,5 gigabyte platte im des pro 4000 werkelt das ist die niedrigste die ich habe die mäßig die andere war im des pro 2000 die ist aber im defekten zwischen schon angekommen da habe ich jetzt eine ich glaube dass sie geht 3,2 gigabyte eingebaut und dann die kleinste frei verfügbare waren die wir die hier gewesen die sechs gigabyte platte natürlich habe ich auch die 40 megabyte platte hier die habe ich damals dann war das letztes jahr vorletztes jahr wo ich bei ebay kleinzeigen unterwegs gewesen bin wo ich meine mx 300 für diverse tests organisiert habe doch 2019 war es der hatte auch der verkäufer hat auch einige alte platten im angebot gehabt darunter ja ein paar 3 2er platten ich glaube ich glaube so niedrigste 3 2 bis bis 10 20 gigabyte da habe ich ein paar mitgenommen für halt für die rechner die ich habe die idee laufwerke haben und dann kam er noch an und sagte ich habe hier noch eine eine idee platte eine alte eine ganz alte so unter 100 megabyte er weiß nicht ob die funktioniert und er wollte die eigentlich entsorgen hat gefragt ob ich die mitnehmen möchte sonst geht die weg hat er mir für nöppel mitgegeben weil diesen möglich entsorgen gewesen wäre und das ist hier die 40 megabyte platte die habe ich dann für den 386er mitgenommen damit wir zumindest irgendwas haben um den zu testen ja das war damals wie gesagt jetzt habe ich ja den mir wieder ausgebuddelt weil ich das gehäuse eigentlich für ein 486 sx board vorbereitet habe was ich mir ja organisiert habe weil ich dachte dass 386 dx 40 motherboard wäre im und meiner reparaturaktion ihr wisst schon ausgelaufen akku und so da gab es ja videos auf maiks hobbyzimmer zu aber jetzt zurück im text und wie gesagt der läuft jetzt und dementsprechend habe ich jetzt hier ein versuchskaninchen für diverse sachen den habe ich jetzt seit dem ersten video durchlaufen lassen auch offscreen technisch ich habe hier schon acht stunden sessions zivilisation gezockt auf dem kleinen und so weiter er funktioniert also keine abstürze kein nichts außer am anfang paar sachen hat er gehabt aber da habe ich mich daran erinnert das war bei mir bei meinen alten 386er auch gewesen in verbindung mit den erweiterungskarten hier dass dann mal der fdd controller nicht gefunden wurde musste man wieder ein bisschen dran wackeln ein bisschen mehr fest da reindrücken in den slots und dann ging es wieder dass man so die sachen die hatte auch mein 386er damals zu meinen zeiten ja und jetzt funktioniert er aber jetzt zurück zur warum die drin ist weil ich wie gesagt keine kleinere platte habe doch die 40er aber die ist zu klein wieder für einige sachen dann habe ich jetzt die genommen die wird wenn man die parameter im bios eingibt ja man muss hier noch händisch alles eingeben und dann muss dann die platten parameter von der platte abpinnen die draufstehen dann sagt das bios zwar auch hey das ist eine sechs gigabyte platte von den daten her aber ich kann nur 500 dementsprechend wird auch die platte nur mit 500 megabyte formatiert wenn man das drauf laufen lässt oder auch generell ein anderes programm weil wie gesagt ein bios vom 36 nachts her kann nur 512 megabyte um solche sachen entgegen zu wirken gab es damals so programme wie on track oder ezwif heißt das andere programm damit das ist ein programm was im boot sektor abgelegt wird und dieses programm ist dann so eine art bios erweiterung die gaukelt dann dem rechner vor dass es eine 500 megabyte platte ist aber intern setzt das programm die parameter der platte wieder richtig rum so dass dann die platte mit ihren kompletten sechs gigabyte erkannt wird das habe ich gemacht mit dos jetzt haben wir hier wie viel haben wir jetzt hier drauf c ist 512 megabyte habe ich so gelassen aus diversen gründen wegen cluster und so weiter dann haben wir laufwerk d 2 gigabyte laufwerk e 2 gigabyte und laufwerk f der rest irgendwas mit 1,5 gigabyte das ist die geschichte mit overlay allerdings was will ich mit 6 gigabyte auf dem 386 hat das ist mir wieder zu groß die 40 megabyte platte ist zu klein was ich mir jetzt organisiert habe was noch am kommen ist das ist ein ide auf kompakt flash adapter besonderheit an dem gerät ist er kann zwei kompakt flash karten aufnehmen und dazu gibt es zwei zwei dazu gibt es zwei 512 megabyte kompakt flash karten ideal für den hier so dass wir ein laufwerk c und laufwerk d haben die wird kommen dann können wir da weiter testen so lange habe ich andere tests vor wie gesagt on track war jetzt so ein test für mich gewesen um zu gucken wie viel bis wohin können wir ich könnte auch scherzhafter weise jetzt noch eine 20 gigabyte platte einbauen um zu gucken ob die von on track auch noch erkannt wird allerdings wird dann dos aussteigen also so bis 8 gigabyte kann dos verwalten wenn jetzt einer fragen sollte Moment mal wieso 8 gigabyte dos fat 16 da haben wir es nämlich fat 16 kann nur 2 gigabyte pro partition aber dos wenn man das fd aufruft es erkennt die platte es erkennt platten bis 8 gigabyte zeigt auch an platte ist 8 gigabyte wenn du eine 20er platte hast sagt er auch platte 8 gigabyte also öfters erkennt er ein bisschen mehr dann kann man dann partition anlegen bis die 8 gigabyte voll sind ja die geschichte womit ich jetzt auch noch ein bisschen am experimentieren bin deswegen sieht man hier ein windows 95 version A ich habe mir mal die boot dateien von windows 95 B also wie gesagt da steht zwar A ist aber Windows B erkennt man an der version 4.0.1 1 1 1 1 1 das kann fat 32 und da möchte ich mal testen wie sich fat 32 auf dem 386 erhält ich habe noch nie Windows 95 B auf dem 386 Dx40 mit 4 megabyte laufen gehabt nur Windows 95 A damals mal wie gesagt das war dann der war mein einziger Rechner gewesen jetzt nicht der hier aber auch ein 386er so in derselben Konfiguration Dx40 mit 4 MB Arbeitsspeicher allerdings mit einer 80 megabyte Platte als Master und eine 420 megabyte Platte als Slave so so und jetzt möchte ich mal wie gesagt testen wenn ich hier wirklich größere Platten laufen lassen möchte haben 386er wie verhält sich das Ganze mit fat 32 wenn ich jetzt hier die zum Beispiel ganz als 6 GB Partition benutzen möchte läuft Windows 3.1 beziehungsweise Windows 3.1 Windows für Workgroups 3.11 unter DOS 7.1 da habe ich auch schon Sachen gelesen soll nicht gehen bei mir ich habe es auch schon mal versucht da ging es auch nicht das möchte ich auch dann testen aber was wir jetzt erst machen werden die 40er Platte kommt wieder rein und wir werden so ein klein bisschen Festplattenverdoppler ausprobieren ja ihr merkt schon das wird wieder ein langes Video wo der Video Mike wieder viel viel erzählen wird erst das theoretische dann kommt gleich das praktische wie gesagt Festplattenverdoppler wie der Name schon sagt sollen sie theoretisch die Größe der Festplatte verdoppeln sodass wir anstatt eine 40er eine 80 MB Platte haben ja was ist ein Festplattenverdoppler ähm ihr wisst ja damals war Festplattenplatz knapp und die Festplatten waren teuer ich glaube damals die erste 5 MB Platte hat glaube ich so viel kostet wie ein Kleinwagen als ich angefangen habe ich guck mal nach ob ich noch Preislisten finde aus der Zeit zu 91 dann blende ich die mal ein als ich angefangen habe mit einer mit dem mit dem PC habe ich einen 386 SX mit 25 MHz 2 MB Arbeitsspeicher gehabt Grafikkarte war ein Multi-IO Controller gewesen wo Grafikkarte IDI Controller Floppy-Discontroller serielle Parallelschnittstelle auf einer Karte waren und der hatte und die Karte hatte 512 KB Arbeitsspeicher Kilobyte Festplatte war eine 3,5 Zoll Platte von Conor IDI mäßig mit 80 MB also doppelt so groß wie die hier aber so und jetzt die Geschichte als ich den gekriegt habe den Rechner habe ich war der DOS 5 frei gewesen im Lieferumfang und was man so von Schulkollegen gekriegt hat so kleine Programme wie Pons of Persia und so ähnlich die man auch von Diskette ausspielen konnte habe ich dann auch noch rüber kopiert da hatte ich dann ungefähr glaube ich noch 70 MB frei wo ich dachte ach das reicht ja noch ja paar Tage später ruft mein Onkel an du ich habe gehört du hast jetzt auch ein PC ich so ja hast du Windows 3.1 äh nein ich komme mal vorbei ja dann kam er mit Windows 3.1 an dann mit einer Textverarbeitung mit einer Textverarbeitung womit ich ähm halt dann Hausaufgaben machen konnte ich habe damals schon war zwar nicht so gern gesehen in der Schule wenn man die Hausaufgaben mit dem Computer gemacht hat damals noch nicht aber ich habe es dann trotzdem gemacht ich durfte dann doch wie gesagt ich habe ja noch einen Drucker dabei gehabt beim 386er den Star LC24 Color nee Star LC24 200 Color den ich mittlerweile auch wieder habe der hier im Moment hier unten parkt mein erster Drucker jetzt nicht derselbe der steht das ist nicht meiner gewesen habe ich mir aus Grevenburg abgeholt dazu gibt es auch ein Video im Archiv das lief damals unter Mikes Hobbyzimmer so aber zurück zum Thema Festplatte na Windows 3.1 ME Pro und dann noch ein paar kleine andere Kleinigkeiten so so ein Spiel die er mir gebracht hat Monkey Island und so weiter da war die Platte voll da war nur noch plötzlich 5 Megabyte frei jaaa und wie gesagt ich war Schüler gewesen damals die Eltern haben das ganze finanziert und dann eine größere Platte ich weiß nicht wie teuer war die gewesen auf jeden Fall teuer so dann gab es halt so Programme ganz normal Packprogramme AEJ PKZIP und so weiter LHA was man kennt RAR gab es damals noch nicht das ist glaube ich dann erst 94 95 auf den Markt gekommen so und so ähnlich wie jetzt diese Packprogramme arbeitet so ein Festplattenverdoppler da gab es dann Drittanbieter Programme wie zum Beispiel Stacker das könnte man sich dann installieren und dann ja die Festplatte vergrößern aber wie gesagt war ein Komprimierungsprogramm was dann nannte sich dann Online Komprimierung im Gegensatz zum zu den AEJ also zu den Packprogrammen wie AEJ PKZIP und so die man Offline Komprimierung nannte ist das ganze an unsere Flight passiert wie war es dann gewesen alle Daten die du auf dem Laufwerk hattest dann wurde eine das war dann das Host Laufwerk dann wurde das eigentliche Datei angelegt wo dann alle deine Daten rein verschoben worden sind das wurde dann zum neuen Laufwerk C das Host Laufwerk wurde dann zu irgendeinem anderen Laufwerksbuchstaben den man sich dann auswählen konnte und so ungefähr ja das waren dann die Festplatten verdoppelt Stacker zum Beispiel war das war der beste auf dem Markt dann ich werde auch mal gucken dass ich so ein kleines Diagramm vielleicht mache und dann so mal ein bisschen zeige mir was eigentlich hinter Stacker oder Double Space und Drive Space so wie das ganze dann so theoretisch funktioniert praktisch machen wir auf jeden Fall auch so und dann natürlich ihr kennt ja Microsoft die haben dann die haben dann auch einen Festplatten verdoppelt ab DOS 6 eingebaut nennt sich Double Space und den musste dann die DOS warte mal ab wo 6 glaube ich muss ich mal gucken ich weiß es nicht auf jeden Fall im DOS 6 2 DOS warte mal eben zurück ich muss mal eben ich mach alles aus dem Kopf DOS 6 war da schon Double Space drin weiß ich nicht also in DOS 6 2 war Double Space drin dann mussten die es wieder ausbauen weil die mit Stuck Elektronik also den Entwickler von Stuck hatten die damals verklagt worden weil Microsoft Patente von denen verletzt haben soll ich kenne jetzt so die Geschichte nicht mehr aus dem FF weil das alles schon ein bisschen her ist dann musste Microsoft Double Space wieder ausbauen dann gab es einen DOS 6 2 1 ohne einen Festplatten komprimierer und dann zu DOS 6 2 2 Zeiten gab es dann den komprimierer Drive Space ja Vorteil jetzt spontan einfällt im Gegensatz zu Double Space bei Drive Space weil du konntest wenn du die Schnauze voll hattest von der Festplatten komprimierung konntest du dein Laufwerk wieder entkomprimieren und das ging und mit Double Space nicht dann musstest du dann wirklich erstmal Datensicherung machen dann alles nochmal neu Festplatte neu einrichten neu einrichten neu formatieren und dann die Daten erneut drauf spielen dann ohne Double Space bei Drive Space gab es dann die Option dass man die Daten dann wieder komplett entkomprimieren konnte und Drive Space von dem Laufwerk löschen lassen konnte ja so jetzt sind 20 Minuten rum ich würde sagen wir machen einen Kleinschnitt und wir werden dann im nächsten Video anfangen die 40er Platte zu komprimieren komprimieren wir Untertitelung des ZDF, 2020